Wir are friendly. Wir are French. Wir are friendly. Ich hab denen gesagt, dass wir Franzosen sind. Haben sie keine Angst vor uns? Hey, guck mal, da ist ein Rümerboot. Mon dieu, Sacre bleu, oh shit. Das ist aber shit noch im Ding in Style. Wir strüllen schon wieder. Weißt du was, du machst das schon. Ich geh mal auf die Insel. Ah ne Moment, müssen wir hier eigentlich irgendeinen Schatz finden? Wie war'n das? Müssen wir hier eigentlich was finden? Auf Fetchers Rest. Ne, wir müssen hier gar nichts finden, oder? Was für ne Insel? Weiß ich nicht, kann ich nicht sehen. Was waren das gerade? Was wurden da gerade angezeigt? Was? Ach. Wir mussten hier nur entdecken, glaube ich. Haben wir alles gefunden jetzt? Weil wir ein neues Item gekriegt haben jetzt. Neues Kosmetik-Item. Haben wir alle Inseln entdeckt? Ja, ja, ja. Vulkan. Die letzte gewesen sein. Aua, Vulkan, Vulkan. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Jetzt erzählst du nicht den Titel haben wir bekommen. Wir müssen den Anker hoch machen, schnell. Wir müssen weg. Ah kacke. Okay, wir wurden getroffen. Ich muss... Ah! Ich bin was tot. Ich hab' keine Bananen. Ich geh' schütten. Hehehe, ich bruch' Bananen und ich bin gleich tot. Halala. Dann mach' ich den Anker hoch. Okay. Oh scheiße. Ich muss schneller essen. Steller essen. Oh mein Gott. Ohohoho. Und schütten. Ja, ich weiß. Ich kann nicht essen und schütten gleichzeitig. Das geht nicht. Warum nicht? Weil ich nur zwei Hände habe. Warum? Weil ich kein Krake bin, kein Oktopus. Nein. Nein. Haha. Ich hab' den Anker verloren. Oh scheiße. Wir hatten gerade eine Schräglage ey. Da. Ich bin tot. Nein. Okay, ich leiere. Ist der Anker oben? Nein. Gekillt worden währenddessen. Scheiße. 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 Das geht doch wieder schief. Aaaaah. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ah, ah, ah. Ich werde hier bombardiert aus einen Löchern und Rohren. Oh Gott. Oh ja. Das ist schlimmer als jede Seeschlacht. Komm schon. Komm schon. Oh. 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 Man, zielt das denn auch immer auf den Anker, verdammte Scheiße! Ah! Mann, ich koche gar nicht mehr aus dem Schöpfen. Ich bin gleich erschöpft. Aber völlig. Ah! Wo ist noch nicht da? Ah! Ich schöpfe mir hier einen Wolf. Gut, dass wir nicht mit dem Tiermannschiff unterwitzeln. Zu zweit, ja genau. So will ich mich so kaputt lachen, will ich nicht da? Ah! Nicht in der Treppe hängen bleiben jetzt! Ah! Mann! Schnell den Anker hoch, lass dich nicht erschießen! Das sagst du so einfach! Lass dich wegbomben! Ja, gut zusammengefasst. Ich bin wieder da! Ich bin tot! Ja, genau! Ah! Oh mein Gott, nein! Nein, 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 nein! Der Anker's auf! Der Anker's auf! Ja! Jetzt schnell die Löcher stopfen! Oh Gott, das geht immer schneller, ey! Das kann gleich nicht mehr gehen! Ah! Ich bin tot! Nein! Nein! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Oh scheiße, nein! Nein! Wir fahren blind! Ich muss schöpfen! Ich kann nicht steuern! Wenn ich jetzt steuere, dann... Ich kann nichts tun! Ich kann nichts tun! Ich kann nichts tun! Hallo, freundlich! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin wieder da! Ich bin tot! Ich bin wieder da! Wir Pulsen aus Verbindung hier mache! Ich versuch schon mal was zu finden! Ich muss gleich kotzen... Oder dass ich Cock getrunken hab! Wir müssen nach Norden! Scheiße! Ah! Wir fahren falsch! Nein wirklich! Ha! Das hätte ich nicht gedacht! Ey! Ha! Ha! Nicht mir ins Gesicht spritzen! Ich wollte Wasser außen rum vollen! Und als ich gemerkt habe, habe ich gemerkt, dass ich nur aus dem Eimer hatte. Warum spawne ich hier in dem Schiff was fast untergehen? Weil du uns hier eingelassen hast. Egal wo man hinkommt, man muss alles richten. Was habt ihr bisher so gemacht? Habt ihr irgendwas geschafft? Ja, guck mal hinten rein. Also ins Schiff. Nicht, dass du hier noch zum Proktologen mutierst gleich. Irgendwie bin ich hier in der Sicht, aber ich darf nichts machen. Was soll das denn? Hallo? Bist du zufällig im Knast gespawnt? Nee, ich bin neben dem Knast auf der Sicht, aber ich kann das auch nicht machen. Das hätten wir eigentlich mit dir machen müssen. Ohne Scheiß, wir hätten es in den Knast stecken müssen. Dann wärst du wenigstens hier gewesen auf dem Schiff. Ja, wurde ja rausgeschmissen, weil er inaktiv war. Naja, stimmt, du wurdest inaktiv rausgeschmissen. Ich erinnere mich. Du wurdest inaktiv? Du wurdest inaktiv raus. Wir haben jetzt immer noch Löcher. Mann! Ja, ich stopfe sie mal. Ich hör einfach nicht auf. Ich hör jetzt auf zu stopfen. Äh, zu verschöpfen. Okay, nein, ich meine, ich stopfe hier auch mal was. Moment, hier ist bestimmt noch irgendwas passiert. Hier! Das ist keine Ruhe, wo wir überhaupt hinfahren. Alter, ich bin froh, wenn wir irgendwo hinfahren, wo wir keine Bomben auf den Kopf kriegen. Ich fahr übrigens auf den Vekan zu. Nein, nein, nein. Äh, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin als nächstes? Wir fahren noch richtig, glaub ich. Hopp ich. Fetschers Rest oder was? Ja, ja. Ich hab hier schon den Rest gekriegt, ey, ohne Witz. Ähm. Ja? Das ist schon gut. Ich dachte gerade, ihr wollt euch selbst versinken. Ihr fahrt jetzt also zu einem Vulkan. Ihr habt ein Ziel. Das ist denn das Ziel. Wir haben ein paar Ziel. Hier, warte. Das ist das Ziel hier, da. Ah, Zeichnung. Oh. Da. Oh. 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 Alles klar, Missionen. Fetschers Rest. Wir müssen übrigens insgesamt fünf Gold-Missionen und fünf, äh, Kill-Missionen machen, damit wir wieder Belobigungen kriegen. Jawoll, da müssen wir doch was mal zu tun haben hier an Deck und unter Deck. Vor allem unter Deck. Boah, ey, ohne Witz, ich hab jetzt gerade mehr geschöpft in dieser letzten Stunde, als in allen Sea of Sea of Sessions vorher zusammengenommen, glaube ich, äh, ich kann nicht mehr erinnern, ich bin so fällig. Mach mal, schreib mal alles Schöpf-Szenen zusammen, das ist so eine zweistündige Super-Folge. Und man muss sich, wie du Wasser aus dem Schiff holst. Das ist sehr erschöpfend dann, diese Folge. Äh, ein Felsen vor uns. Hat Tritzi, glaube ich, schon gesehen? Ja. Ja, ich hab ihn mitgeschnitten. Solange ihr ihn dir nicht angeschnitten hast, ist alles gut. Ist die Insel da vorne gewesen? Ähm, oh mein Gott. Die, die, die... Wir sollten vielleicht ganz weit wegparken oder sowas. Nein, wir bleiben einfach in der Regel und wir fahren einfach einmal rum mit dem Schiff und dann setzen wir Lonestar ins Beiboot und lassen ihn da den Schatz holen. Beiboot. Das Ruderboot haben wir übrigens auch erst seit eben. Da kommt... Oh nein, 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 ich schon wieder, ich schon wieder, ich bin tot. Oh scheiße. Na, haha. Oh man. Ich hasse ihn. Oh fuck, ich bin auch getroffen worden. Ich meine natürlich, ah, nein, nicht schön, meine ich natürlich. Warum bringt es immer mich hoch? Hoch, ich hab's ins Wasser, äh, ins Schiff reingeschüttet, das Wasser. Weil es irgendwie instinktiv den Weg zu dir findet, der grünen Gestein. Okay, dann muss ich jetzt planen wieder raus, oder? Was? Oh ja. Äh, oh, ich, äh, warte. Du steuerst? Ich steuere. Okay, ich kann mich um den Rest, ne? Oh scheiße, es wird ein ganz schöner... Oh, krasser Rest. Alter, wir sind, wir sind so getroffen worden gerade. Wir sind so hart getroffen worden gerade, ey. Ohne Scheiß, weißt du was? Ich mach jetzt hier mal einen Anker. Wir sind hier nämlich gerade hinter einem Felsen. Ah, ich bin tot! Ach du Scheiß! Mich hat's zerrissen! Oh mein Gott. Das Schiff hat tausend Löcher. Einfach schöpfen, du musst einfach nur weiter schöpfen. Ja, einfach schöpfen. Ist der Anker unten? Ja! Weil wir gerade hinter diesem einen Felsen waren, das war eine gute Deckung eigentlich. Ah, heißes Wasser, heißes Wasser! Ja. Rippspielbeer. Mich hat's hart zerrissen. Ach Gott. Dieser Stress, ich wollte Urlaub machen, komm. Haha. Oh oh. Bist ihr falsch heute. Urlaub ist hier nicht, fällt aus, wegen ist nicht. So, ich reparier einfach mal. Alter, das Wasser tut weh. Alles Schöpft. Oh Gott, ey. Haben wir überhaupt noch Bretter genug? Nö, weil nicht mehr. Oh Scheiße, ey. Wir müssen ja uns gehen wirklich die Bretter aus. Vorräte holen, Bretter und so. Sind wir hier eigentlich im Schussschatten von dem blöden Vulkan? Ne, irgendwie nicht. Er schießt über die Felsen drüber, das Schwein. Ja, deswegen wollte ich ja weiter wegparken oder so. Scheiße. Scheiße. Okay, Bretter sind jetzt aufgebraucht. Oh shit, okay. Ich geh mal auf die Insel und hol mal schnell Bretter. Oder guck mal, ob ich was finde. Das ist die einzige Chance jetzt. Theoretisch sollten wir uns vom Vulkan wegbewegen, solange wir keine Bretter haben. Aber wenn wir auf der Insel keine Bretter kriegen, dann können wir die Löcher auch nicht... Er hat aufgehört. Er hat aufgehört, Gott sei Dank, okay. Alter, das... Das Wasser ist noch heiß. Mhm. So, ich hab jetzt noch zwei Bretter. Mann, nein, ich will jetzt nicht sterben, schnell. Wo, 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 wo? Ich brauch schnell ein Fass oder sowas. Ah, man sollte nicht durch die Brände Lava laufen, hab ich gerade festgestellt. So, wo ist noch ein Loch? Hier ist nichts, hier ist... Hier sind keine Fässer. Wollt ihr mich rollen? Hier. Ach, okay. Letztes Brett. Gut, dann haben wir noch insgesamt zwei Bretter, die ich in der Hand hab. Ich tu jetzt wieder ins Fasszeug. Ah, das ist alles heiß hier, das Wasser, ey. Ich kann hier nicht ins Wasser gehen und ich bin fast tot. Ich hab auch keine Banane mehr. Du hast das Ruderboot schon mitgenommen, oder? Nein, hab ich nicht. Äh. Ich musste schnell gehen. Ich hatte keine Zeit. Wo ist dann unser Ruderboot? Weiß ich nicht. Das ist wohl vom Vulkan erschlagen worden. Das ist ja uncool. Ja, gut. Dann auf ins heiße Wasser. Cool Party. Habt ihr noch die Löcher stopfen können eigentlich? Ja, sonst wäre das schon jetzt weg. Jetzt ist es safe. Ja, warum sind denn hier nur Kanon-Ghulen? Ah, Bananen, Bananen, Bananen. Ah, 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 ah. Wuhu. Immerhin. Okay, aber hier sind keine Bretter leider. Leider nicht. Leider sind keine Bretter da. Müssen wir jetzt gleich zu irgendeinem außenksten? Ja, wir müssen ganz dringend zum außenkosten. Wir müssen dann eh erst mal unser Zeug abge... Oh nein! Ah, ich hab Bretter! Drei Stück! Ich hab... Ah, haha! Ich fliege! Ah, nein! Ich fliege schon wieder! Nein, ich will nicht sterben jetzt! Ich bin noch nicht so oft in Sea of Thieves gestorben wie in dieser Session. Okay, warte... Nein, jetzt nicht die Skelette, um Gottes Willen! Ah, das Sprengfahr-Skelett ist hier! Ich weiß! Hallo Spiebe, jetzt springst du mir ein Fahr-Skelett hinter dir! Ich weiß, ich renne einfach weg! Ich, äh, ich geh zurück zum Schiff. Äh, müssen wir hier nen Schatz finden eigentlich? Ja. Dann, äh... Wo? Moment. An der... An der drei Schädel auf Stein... Hä? An der drei Schädel auf Stein ganz Süden ist es Zeit, um herzustreifen und nach neun Schritten den Nord-Osten... Okay, drei Schädel im Süden. Sucht ihr da schon danach? Ähm... Gleich. Wollte. Dann bin ich in die Luft geflogen und gelandet und tot umgefallen. Das ist ungut. Süden, Süden, drei Schädel im Süden. Neun Schritte gen Nord-Nord-Westen. Probier's einfach mal. Also da hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Bitte. Nein. Es ist nicht hier. Es ist nicht hier. Es ist falsch. Drei Schädel. Wo sind denn hier noch drei Schädel? Verdammt. Süden. Süden, 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 Süden. Da. Oh Gott. Drei Schädel, drei Schädel, drei Schädel. Ey, scheiße, wir müssen hier ganz schnell weg. Drei Schädel, drei Schädel. Wo sind denn hier? Drei Schädel, jetzt nicht alle drei Schädel mehr. Hier ist auch nur Steilküste, das ist auch beschissen. Aber hier kommen Skelette aus dem Boden. Irgendwo hier müssen drei Schädel sein. Ähm. Au. Oh, kleiner Gerstling. Drei Schädel. Drei Schädel im Süden. Sollen wir erstmal abliefern gehen, bevor wieder der nächste Vulkan ausbricht? Aber das sind doch die drei Schädel hier. Andere können es doch nicht sein. Wo? Ach, die drei? Ah! Ja doch, okay. Also, was war das jetzt? Westen? Nord-Nordwesten. Neun Schritte. Richtig davor stellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, jetzt hier graben. Was? Was? Das geht nicht. Hier kann man nicht graben. Scheiße. Man kann hier nicht graben. Das geht nicht. Moment. Dann muss ich nochmal... nochmal lesen, schnell. Nord-Nordwesten. Neun Schritte. Das sind auch nochmal Schäden. Das sind auch nochmal Schäden. Was ich mir... Toll. Toll! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier muss es sein. Ja, ich hab's. Hier kommen auch Skelette raus. Lasst uns schnell die Scheiße ausgraben und dann hier weg... Ich hab keine Bananen mehr, nichts mehr ey. Oh man! Gott sei Dank hat mich das jetzt nicht so hochgeschleudert hier. Schnell, schnell, schnell ausgraben! Schnell ausgraben! Schnell, ahhhh! Mach's gut! Bis bald! Ich bin tot jetzt! Ich bin tot jetzt, wenn ich lande! Ich bin tot! Oh nein! Ich bin tot jetzt, verdammte Scheiße! Ich bin tot jetzt, verdammte Scheiße! Bin ich hier denn hingeraten? Verdammte Scheiße! In den Wahnsinn! Wir müssen jetzt die Kiste sehen. Naja, da oben noch. Wo wir grad gegraben haben. Oh, hui! Okay, leicht zu verwechseln. Schatz und Scheiße fängt beides mit Sch an. Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Das fängt auch mit Sch an! Das fängt alles rein mit Sch an! Ja! Schiff, Schatz und Scheiße! Eigentlich heißt der Spielsatz und Sieg! Ui! Aber in dem Fall, Schiff, Schatz und Scheiße! Okay, ich komme euch nicht entgegen, weil ich glaub das Wasser ist noch heiß, oder? Nein, nicht mehr! Nicht mehr? Okay! Soll ich euch noch entgegen kommen? Schafft ihr das alleine, oder? Äh, wir haben's, aber... Ich bleib lieber auf dem Schiff und guck... Ich pack mal die Bretter weg. Ne, Moment, die behalte ich! Nein, was da hinten? Weißt wo? Ähm... Okay, auf der anderen Seite wahrscheinlich dann, ne? Auf dem Wasser. Genau, weit auf dem Wasser raus. Okay, sehr gut, alles klar, alles klar, alles gut. Ah, bei mir ist der Bär ein Skelett. Seht so ein Skelett am Schiff und guckt uns entgegen. Kommt auf mein Schiff, ihr verlorenen Seelen! Oh Gott, der ist bei mir auch ein Skelett. Ah! Huch, was war das? Ich kann's gerade nicht lesen, verdammte Scheiße. Ah! Ist doch mal ein Butterbrot, Mensch! Nein! Ich mache Diät! Hi, wie jetzt 99, danke fürs Folgen! Wo, hast du das gesehen, dass der folgt? Ja! Wie hast du das eingestellt, dass man das sieht? Mit meiner tollen Funktion, mit der man auch spielen kann! Okay, musst du mir dann alles mal erklären am besten. Ich mag es. Ich krieg halt immer so ein, äh, akustisches Signal quasi, wenn jemand hier irgendwie, ne? Okay. Ja, Anka sieht irgendwie komisch aus. Ach, der wurde... Ja, weil da die Kugeln draufgeknallt sind, die mich zerfetzt haben! Die Bomben, genau, stimmt, das sind auch die Bomben-Treffer, lol. Die Bomben. Na, ist ja wie ein Krieg hier, ey. Okay, wir müssen ihn abgeben, ne? Und wir müssen nur die Bretter bekommen, alles andere... Ich hab drei Bretter im Inventar. Wo ist denn der Außenposten? Wo müssen wir denn hin? Auf der Insel waren wir da vorne, ja. Äh, Süden? Genau, vor Ort ist der Einmaster. Ich weiß, ich weiß. Süden. Die denken, das ist alles okay, die denken, wir sind Franzosen. Das hab ich denen alles schon erklärt. Die werden uns nichts gehen. Ich will von diesem Schiff runter. Hallo Einmaster! Nee, wir laufen auch. Das dachte ich mir auch so. Wir sind Franzosen! Wir sind feindlich. Moment, was hast du gesagt? Ich schließe jetzt auf die. Nein, nein, nein! Nein, warum? Weil wir Franzosen sind. Aber, dann machen wir das doch gerade nicht, lol. Segel drehen. Dregel sehen, Dregel sehen. Dregel sehen. Dregel sehen. Toll, jetzt hast du sie wütend gemacht. Was? Was? Den Vulkan auch noch. Gucken wir mal da. Wir sind am spucken. Kein Schirm auf der Welt soll denken, dass ich Franzose bin. Wir brauchen ein neues Ruderboot, ey. Haben die vielleicht eins? Nein, haben sie nicht. Oh. Das würden wir, glaube ich, sehen, wenn die da hinten eins dran bammeln hätten. Wahrscheinlich fast zu groß wie der Einmaster. Ja. Also das würde man, glaube ich, echt sehen, wenn das da hinten dran hängt. Oder es wird nicht angezeigt auf die Entfernung. Das kann natürlich auch sein. Weiß man nicht. Wäre aber irgendwie doof. Chucky Blue, danke fürs Folgen. Jetzt geht's aber los hier. Ich muss vielleicht die Event-Dings woanders hinschieben. Ich bedanke mich natürlich bei mir auch bei allen, die folgen. Man sieht's bei mir noch nicht. Deswegen kann ich das auch nicht immer honorieren, wenn jemand folgt. Das liegt natürlich zum einen auch daran, dass das hier auch eine YouTube-Aufnahme ist. Und das irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn ich ständig sage, danke fürs Folgen. Äh, ja. Das stimmt. Wenn das doch dann am Ende eigentlich niemand sehen kann. Was? Deswegen bedanke ich mich schon mal bei allen, die gefolgt haben und die Benachrichtigung aktiviert haben. Das ist auch ganz wichtig. Oh, ja. Also nicht nur folgen, sondern natürlich auch Benachrichtigung aktivieren. Denn nur so werdet ihr auch garantiert wissen, wenn ein Stream startet. So, passt das. Ja, da ist ein Vulkan, scheiße. Aber wenn wir in Bewegung sind, dann passt das. Genau, bewegliche Ziele können wir ja nicht treffen. Genau, das hat uns Yamato ja beigebracht. Richtig. Wie lange hat er überlebt? Zwei Sekunden? Drei? Er hat, beim ersten Schuss ist er gestorben direkt. Super. Ja. Aber ich glaube, wir kriegen das ein bisschen besser hin. Wir haben ja gelernt vom Meister. Wir haben was gelernt? Was ist Lernen? Lernen ist, äh, ja. Sehr gute Frage. Sonst, was ist Lernen? Ist das eigentlich noch richtig? Ähm, Versuch und Irrtum. Das zum Beispiel, weil es gerade ein Irrtum ist, dass wir durchkommen. Ach so. Wie weit ist das denn noch, bis zu dem Außenposten? Ja, weil... Naja, es geht noch. Außenposten, Moros Peak. Okay. Ist das der Vulkan? Der Außenposten ist der Vulkan? Oder? Nein. Der Vulkan ist rechts verdruckt. Da, da ist auch nur ein Mast am Außenposten, glaube ich. Oder? Warte mal, welche Insel ist das? Ich bin total verwirrt. Oh mein Gott, nein, ich gehe unter Deck, ich sterbe sonst wieder. Der Vulkan hat es auf mich abgesehen. Wir müssen uns so ein bisschen links halten, wir sind fast da. Ah, toll, wie du dich einfach dahin stehst. rizari sollte unter deck gehen sonst stirbt sie wieder ja ja ich bin schon eine sehr weise entscheidung das ist auch sehr französisch auf jeden fall genauer tarnung aufrecht erhalten und so die spirit die französische muss man ja waren die kontinuier doch schon wieder am anker das hat uns vorhin gefehlt ja genau ich würde sagen anker